Mehr als 1.100 Menschen verlieren ihr Leben. 2.400 werden zum Teil schwer verletzt. Darunter näherinnen und näher für die deutschen Unternehmen wie KIK. Wenige Wochen vor der Katastrophe prüfte der TÜV Rheinland die Bausubstanz. Ergebnis gut. Die Arbeiter der Platinmine streiken für bessere Arbeitsbedingungen. 34 Bergleute werden im Verlauf des Streiks von der Polizei erschossen oder überfahren. Wichtigster Kunde des Minenbetreibers ist das deutsche Unternehmen BASF. Diese Unternehmen gehören zu den sogenannten transnationalen Unternehmen. Die Vergehen von BASF und KIK sind keine Einzelfälle. Weltweit operieren transnationale Unternehmen mit einem Netz von Tochterfirmen und Zulieferern. Vor allem dort, wo Umweltstandards und Menschenrechte nicht umgesetzt werden. Und immer häufiger sind transnationale Unternehmen verantwortlich für Menschenrechtsverletzungen. In den meisten Fällen haben sie bisher keine oder nur ungenügende Entschädigungen geleistet. Für die Betroffenen eine ausweglose Situation. Denn die existierenden Klagewege sind komplex und teuer. Unternehmen lehnen jede Verantwortung ab. Und verstecken sich hinter ihrem Geflecht von Tochtergesellschaften, Subunternehmen und undurchsichtigen Lieferketten. Alle Initiativen, Unternehmen auf die Einhaltung von Menschenrechten zu verpflichten, sind bisher gescheitert. Denn sie sind unverbindlich und setzen auf Freiwilligkeit. Auch die Bundesregierung setzt bisher auf Freiwilligkeit. Sie argumentiert mit Standortsicherung und drohenden Wettbewerbsnachteilen. Ist die Einhaltung von Menschenrechten also ein Wettbewerbsnachteil? Aber die Menschenrechte gelten universell. Und auch transnationale Unternehmen müssen ihr Handeln daran ausrichten. Da alle freiwilligen Initiativen bisher gescheitert sind, braucht es eine verbindliche Regulierung, die alle ausnahmslos in die Pflicht nimmt. Auf UN-Ebene wurde deshalb ein Prozess angestoßen, um ein völkerrechtlich verbindliches Instrument zu entwickeln. Das UN-Abkommen, das sogenannte Binding Treaty, soll Konzerne in die Pflicht nehmen. Und gleiche Regeln für alle erarbeiten, sodass niemand mehr mit Wettbewerbsnachteilen argumentieren muss. Um den Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen endlich den Zugang zu Entschädigungen zu eröffnen. Bisher steht der Treaty-Prozess noch am Anfang. Doch er kann zu einem wichtigen Instrument werden, die Macht der transnationalen Unternehmen in die Schranken zu weisen. Also informieren Sie sich. Setzen Sie sich dafür ein, dass das UN-Abkommen nicht wieder zu einer der unzähligen freiwilligen Initiativen wird. Das UN-Abkommen nicht wieder zu vermitteln. Vielen Dank.